Hey Leute, David von iDesignish hier und heute erstellen wir uns sowas hier, das heißt, wie ihr so einen Gelee-Effekt erstellen könnt, beziehungsweise Pudding-Effekt, wie ihr auch immer hier wollt. Das heißt, wir nehmen uns unser Spline-Werkzeug, erstmal eine Blume erstellen. Die Blume machen wir, also auf die Position, die Ebene hier, machen wir auf XZ, damit sie auf dem Boden liegt. Ähm, gucken wir uns, S, der G, C und V, na, C und V, hey, kommt schon, C und V, na, wird er irgendwie nicht, S, der G, C, V, jetzt haben wir es. So, dann nehmen wir uns unsere S-Blume, machen die auf 30 mal 40, den Radius, damit es halt oben, äh, außen ein bisschen größer ist als innen. Dann ziehen wir uns die erste, ein bisschen höher, die, ähm, Blume 2, machen das hier selber, also quasi 12, dass es halt hier ein bisschen enger ist. Also, kleiner, sorry, und 24 doppelt. So, ziehen wir uns ein bisschen runter. Jetzt nehmen wir uns den Loft-Nirb, das heißt, wir gehen auf unser Nirb-Werkzeug Loft. Loft ist im Endeffekt verbindet, zwei Splans miteinander, das heißt, wir selektieren unsere beiden Blumen hier und ziehen uns hier rein. Und, voilà, haben wir uns schon mal so eine Form gemacht. So, das ist aber nicht ganz, was wir haben wollen. Das heißt, wir gehen hier auf Objekt, machen unser Mesh erstmal. Ähm, nehmen wir mal, also ihr könnt jetzt irgendeine Zahl über 100 eingeben, weil im Endeffekt ist es egal, nur halt damit es halt ein bisschen abgesmoost wird. Ihr könnt auch 100 nehmen. So, hier machen wir mal 50. Ich erkläre euch das gleich. Ihr seht noch nichts, aber macht das einfach. Und, ähm, ja, dann gehen wir auf Deckflächen, weil wir müssen oben, sieht es natürlich momentan ein bisschen komisch aus, heißt, wir gehen auf Deckflächenrundungen und gehen hier auf Start auf 5 und voilà, haben wir so eine schöne Form. So, jetzt wollen wir unten, dass es natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, smoother wird. Das heißt, wir gehen hier zum einen, zurück auf Deckflächen, machen wir erstmal eine organische Form. Und Deckflächen, gehen wir hier auf einziges Objekt erstellen. So, jetzt haben wir unten auch ein bisschen smoother. So, jetzt machen wir unseren Wackeleffekt erstmal. Das heißt, ihr könnt jetzt im Endeffekt nehmen, was ihr wollt. Also, ihr könnt es, ähm, runterfallen lassen, irgendwo, Keyframe. Ihr könnt damit nachmachen, was ihr wollt, weil der Effekt später ist im Endeffekt derselbe. Nur der Einfachheit halber mache ich mir jetzt einen Tag hier rein, und zwar, ähm, rechte Monsters, der Cinema Fidel Text, auf Vibrieren. Gehe auf, ähm, Position aktivieren. Und wenn ich hier Play drücke, dann wackelt der einfach hin und her. Einfach nur für Anschauungszwecke. Ich mache mir jetzt trotzdem erstmal einen Boden, damit es irgendwie nach überhaupt irgendwas aussieht. So. Und denn, wenn ich jetzt auf den Tag gehe, weil, wenn ich das Play mache, ist mir das ein bisschen zu stark. Das heißt, ich kann mir hier bei Frequenz, äh, Frequenz, mache ich hier einfach mal eins rein. Die Hälfte. Damit könnt ihr es halt bestimmen. Und jetzt ist es halt ein bisschen weniger. So, jetzt machen wir unseren Wackelpudding-Effekt, nenne ich es mal. Und zwar, wir gehen hier auf Loft, gehen wir erstmal auf C, weil bisher war es ja ein Objekt. Und jetzt können wir quasi alle Polygune selbst bearbeiten. Das heißt, wir gehen hier auf Loft, gehen hier dann auf unser Deformer-Tool und nehmen uns Nachfedern. Das Nachfedern packen wir unterhalb des Lofts. So, theoretisch, wenn ihr das als Play macht, der Effekt ist eigentlich aktiviert. Das heißt, theoretisch, wenn ihr irgendeine Kraft dahinter habt, dann wackelt er auch schon. Bei mir ist es halt so, weil ich habe hier meinen Tag genommen. Das heißt, der Tag, der hat ja alles als Effekt, hier das ganze Objekt. Das heißt, sehr tut ihr deswegen nichts, aber im Endeffekt, der ist trotzdem aktiviert. So, in meinem Fall allerdings würde ich das halt, dass es, ja, sage ich mal, oben anders wackelt als unten. Deswegen gehe ich mit der Maustaste auf die rechte Ansicht, oder linke ist eigentlich wurscht. Dann gehe ich hier auf unser Polygon, auf unser Punktwerkzeug-Tool, gehe auf Selection, gehe auf Rechteckselektion und gehe auf unser Loft. Denn, was wir jetzt machen, wir selektieren uns alle Punkte, die halt wackeln und der Rest, der bleibt statisch. Deswegen, wir drücken irgendwo hin, wählen uns, ich sage mal so, ungefähr die Mitte aus, also ein bisschen höher als die Mitte. Also, wie ihr wollt, ihr könnt es auch gerne anders machen, dass es, wie gesagt, oben wackelig ist und unten eher weniger. Heißt, wir gehen auf Selektion, hier selektieren, gehen auf Wichtung setzen, gehen auf 100%, damit er alle Punkte hat, gehen auf OK. Und wie ihr sehen könnt, heißt, hier alles, was oben ist, das wackelt und unten bleibt statisch. Heißt, ich sage euch das mal, also momentan tut sich noch nichts, weil ihr müsst auf eurer Nachfedern, müsst auf die Beschränkungen, geht ihr auf eurer, also weil da hat sich ein Tag gebildet. Das heißt, ihr zieht den Tag jetzt hier rein. Und damit ihr halt erstmal das beeinflussen könnt, gehen wir Doppelklick mal drauf, weil wenn wir jetzt Play drücken, dann sehen wir, okay, es wackelt jetzt schon, allerdings halt sehr unrealistisch, weil einfach sehr hart der Übergang ist. Das heißt, wir gehen hier Doppelklick drauf auf eurer Tag, gehen wir jetzt auf Frame 1 und jetzt können wir auf Modus gehen, auf Glätten. Und bei Weich könnt ihr halt, wie stark das glättet wird. Wenn wir jetzt auf 50 gehen und auf alles, auf Zuweisen quasi, dann seht ihr, müsstet ihr eigentlich sehen, dass er, na, eigentlich müsste er das ein bisschen abgeschmust haben. Irgendwie hat er das gerade nicht genommen, das ist natürlich ärgerlich. Dann gucken wir nochmal, woran das liegen könnte. Ah, das kann natürlich sein. Machen wir das mal raus, dass er das natürlich erstmal updaten muss. Heißt, wir gehen Doppelklick drauf, Glätten, Zuweisen, ah, okay, gut, perfekt, ja, genau. Dann hat das wohl auch nicht, scheint nicht aktualisiert. Aber gut, also, wie gesagt, wenn ihr auf Zuweisen geht, dann seht ihr hier, okay, das wird schon ein bisschen, der Übergang ein bisschen abgeschmustet. Heißt, wir gehen das wieder auf Nachfedern, packen unser Tag hier rein und wenn ihr Play drückt, dann seht ihr, also gehen wir raus, dann seht ihr, ah, super, das Ding wackelt. Jetzt könnt ihr das natürlich noch ein bisschen beeinflussen, und zwar, wenn ihr auf Vibrieren geht, also, in meinem Fall beispielsweise, bei der Frequenz könnte ich jetzt beispielsweise mal auf 0,8 gehen, oder, nee, warte mal, 0,6, gucken wir mal. Ähm, mal Play drücken, ja, okay, das ist jetzt, okay, ja, gut, machen wir vielleicht bei 0,8. Gut, aber ich will es jetzt auch nicht zu übertreiben, ist ja nur ein Tutorial. Ja, aber wie noch sei, haben wir jetzt schon mal unser, sag ich mal, Gelee-Effekt, unser Wackelpudding-Effekt. Ähm, ist ganz cool, könnt ihr, wie gesagt, mit allen Sachen machen, ihr müsst auch kein Vibrieren nehmen, ihr könnt eigentlich alles nehmen, was ihr wollt. So, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, ihr konntet was dabei lernen, wenn es so war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ihr lasst mir ein Abo, weil ich verliere momentan mehr Abos, als ich bekomme, deswegen wäre ich mich ganz cool. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.